Für uns ist das Sicherheit das oberste Gebot. Wir sind auf dem Streckennetz von der AVA für den Unterhalt verantwortlich und beteiligt auch für die Unterstützung des Projekts. Rail Alert ist ein sehr gutes System, finde ich. Es ist praktisch Kabel, man kann es schnell aufbauen, man kann es schnell abbauen. Man ist flexibel damit, im Gegensatz zu vielen Anlagen, die jetzt im Betrieb sind, sehr anwenderfreundlich und mit wenig Aufwand zu installieren. Der Vorteil von Rail Alert ist, dass man auf die Vorwanderer verzichten kann und je nachdem sogar auf Versilie, wenn es eine stationäre Baustelle ist. Ich glaube viel kleiner und kompakter bringt man so ein System, womit man kommuniziert nicht hin, von dort her ist es eine sehr gute Sache. Das war das in der Tat. Vielen Dank.